Das ganze Werk, keine Ahnung. Keine Anwendung schließen. Neustand ist eventuell gefordert. Keine Anwendung schließen. Das ist T2D, mal das mit der Plexi-Interviewskarte. Magst du es zuerst? Ich schwimme im Internet direkt, weil ich verliebt habe. Hör auf damit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hör auf damit! Keine Internetseiten öffnen! Ich will dich eh nicht mehr, du Scheiße! Tötet ihn! Das ist hir für nichts, wenn du es magst. Das ist T2D zu einem Kreditkarte. Ich habe 200 Farm! Ich habe 200 Farm! TÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜTÜ Gönnt euch vom Schaden her, Alter. Gönnt euch! Gönnt euch vom Schaden her, Alter. Gönnt euch vom Schaden her, Alter. Gönnt euch 5-3-8-Ticker-Reben. Diere gegen füllen, 곧, tis-pi-si! Nicht. Gegen 5. Sucks. Boah heftig man. Patsch! Wolltest du die Laterne haben? Gönn dir, du kleiner Wichser. Gönn dir, du Schnitzer. Gönn dir, du Schnitzel. Gönn dir, du Schnitzel. Ich brauche nen Ancient Coin. Ich brauche nen Ancient Coin. Ich brauche nen Ancient Coin. Ich hab nen Ancient Coin. Oh, wer feedet denn jetzt schon wieder so rum, Alter? Oh, Klopfer, Klopfer, du stirbst gerade. Klopfer, 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 du stirbst. Mit Tat gegen Malzer. Daaaahm. Och, Klopfer, was war das denn? Ja, klopfer, was war's, ne? Willst du das mal erklären? Naja, ich geh bestimmt nicht rein, Alter. Fickt euch. Ja, gönn dir die, gönn dir. Ja, Mann. Ach, jie, was hat denn der hier jetzt ge- Ach, jie, was hat denn der hier jetzt ge- Ach, jie, ey. Hi. Lockt bei mir. Ey. Er geht wieder. Läuft bei mir, Markus, ja! Ghost. Alles wieder wunderbar jetzt, Alter. What the fuck? Haha, da hat er die Schnauze. Oh Mann, Alter. Ja, jetzt hab ich'n Papa auf der Metzegen gespielt und hab' keinen Bock drauf, Papa. Alter, schade. Oh, der Erkannte. Ja, bitte? Dein Ernst? Dein Ernst, der Erkannte? Was los, was los, hm? Dein Ernst? Was ist dein Problem, du Lutte? Dein Ernst? Was ist dein Problem, hm? Was ist dein Problem? Dein Ernst? Nee, dein Ernst. Nee, mein Ernst. Aber vielleicht doch dein Ernst. Und was? Deine Mama, Alter. Oh. Keine Ahnung, du kleiner Lutscher. Komm' auf Teppich. Ja. Ja. Hier war gleich echt die Fitzen, ey. Der darf nicht seinen scheiß Minion snacken, der scheiß Nunu. Hallo? Hi. Hi. Mann, was soll ich spielen? Zu Tode gegrappt. Mark, was hört sich für dich am Verlockendsten an? Druide? Assassine? Necromancer? Bla, Bla, Bla. Assassine. Assassine. Nein, er spielt Diablo. Assassine. Necromancer? Assassine. Ja, das ist der Todbeschörer. Todbeschörer. Du Kacklappen. Also entweder ein Necromancer oder Todbeschörer. Nein, Assassine. Alter, du hast doch keine Ahnung schon gehabt, Alter. Es gibt nichts geileres... Es gibt nichts geileres... Es gibt nichts geileres als Assassine. Vollequip... Vollequip... Vollequip der Hammerdi. Vollequip was? Hammerdi. Weißt du, du fragst nicht, wo es geht, ne? Du hast keine Ahnung, man... Wer das ist? Ja, das ist mir so recht. Hörbappt. Wicht, bleibt bei der Kay. Bei der King, Alter. Nimm mich Kingjuic. Loi. Anderem Kontum, Neptun, Eile, gehen zu Windows live anmelden. Wir lachen mit Tier. Schicke... Leute, die Arie in heiß! Einem anderen Konto. Okay, ich werde das mal gucken, ich werde das mal machen. Bam, Alter! Zack! Unstappenbel, Junge! Aaaaaah! Bam! Ja, du bist scheiße, Juicy. Ich rede mit Mike. Ich rede mit euch. Okay, alles klar. Ich will mich nicht mehr mit dem Internet. Du willst auch noch Mike? Du willst dich nicht mehr mit dem Internet verhalten? Oh, ich krieg ja sehr ein Loll. Ich verstehe es, genau. Du willst jetzt Dark Souls sein. Ich will nicht mehr mit FromSoftware. Du willst dich zu den Norde? Du willst doch klopfen über die Klappdienstkarte! Ich will mit dem Internet! Nein, ich will mit dem Internet! Nein, die haben es übel auf mich abgesehen, Mann, übel! Ne, weißt du, wenn du keine Tümer jetzt machen willst, mach ich gleich welche mit der Tümer. Ich geh mein Dings kaufen, ne? Bogen. Immer? Ja, mach ich auch. Aber gib die Scheißsälen her. Ja, eh nicht, ich bin von deinem Team. Hehehehe. 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 Ich und die vier anderen. Oh, da ist auch ein Pilztopfer! Irgendwo da. Äh, ich und die anderen vier. Oh mein Gott. Hehehehe. 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 Besser als im Team war der Supporter. Lieber Hecker mit ihm spielt. Hehehehe. Wo sind meine Schweiger da? Hehehehe. I don't go f***. Ich spiel grad für ein paar Goodtakerie, mein T- Ja, gönn dir! Kleiner Wichser! Wunsch dir viel Glück mit deinem Team. Oh, really? Ich muss nochmal neu anfangen. Ja, du musst nochmal neu anfangen. Keiner lacht, Dark Hunter hat Bits gemacht. Das ist der Dark to dem Hunter. Du verstehst einfach dieses hohe Niveau von den Bits nicht weißt du? Keiner hier versteht Dirk, deswegen hat keiner gelacht, was? Über was denn? Ach nichts Mark, nichts ist schon okay. Bleib auf deinem Niveau. Auf dem höheren Satz, ne? In der Satz hättest du erst dann verstanden. Hast du dich verstanden? Ja siehste? Ich hab nen Lightbringer. Nee ich nicht. Get fucked back. Ich weiß gar nicht wo das geht, Alter. Hallo Mark, hi. Du kack Noob, Alter. Oh mein Gott. Ja, you don't say, dass der Pilz ist, Alter. Wow, wow, du kleiner Vollidiot. Das ist meine, Alter, aber pisst euch. Dark Hunter, ich bin die größte Schwucht, Logan. Ich bin die größte Spur, Logan. Oh mein Gott. Hehehe, ich bin die größte Schwach. Wohin sie alle rauf gehen. Und ist so ein bisschen schwierig, Alter. Ich bin die größte Schwäche. Dark, was bist denn du eher so für ein Typ? Bist du ein Bürger, fünf Finger, Delta, Astora, Drachenschule, Toro Lund, Katharina. Prozent 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 des Karim klassisches Zehner großer Summ von der Fernaußen Leu 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 Das ist ein Schatz aus anderen Schuss 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 Was sind Spiele überhaupt? Halt die Fresse Ich glaube Dark ist eher so ein richtiger Astorer Alter so ein richtiger Astorer Alter 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 Yo Du bist du Alter Yo Also Anpassen Äh Vielleicht Bödie Morg Klappe Oh mein Gott du blöder Penner Warum hast du denn Oli aufgelöst? Blöder Penner du Weil der Taurer getankt hat Wer Der Taurer hat mir zufälligerweise Schaden gemacht Heuer noch Alles klar Ich will rein Oh 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 Ich will doch nicht Meine Städte sind so schön gerade Loll 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 Das ist Team 2 dem Mordel Dark ist so ungefähr 12 Und da war so ein Kröding Und das ist so ein Alter Oh die Schnauze Dark ist eher weiblich ne Keine Klappe Alter die weiblichen Dinger sehen aus wie Fische Alter Scheiss bitte nicht Ingebaut Keine Klappe kriegst du nicht wegen dem Mord Mh 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 Bist du männlich stark Oder ein himmellich schwach Himmel Himmel Himmelig Mh 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 Gal £ D Ja, ist egal. Kein Problem. Klappt fast ein richtiger von einem Teamspieler in der Panne. Jetzt wo du es gesagt hast, mach ich nicht. Das ist ne Dark zu dem Adel. Panne. Was hast du mit Panne, Alter? Panne. Panne ist Panne. Panne ist Panne. Auf welche Sprache? Franzese. 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 Der Dark hat voll die Fischhäugen, Alter. Das passt nie. Krass, Alter. Übrigens hab ich keinen Schmanz in meinem Stream. Ich hab eins aus dem Gesicht geschnitten, Alter. Oh, Mark, Alter. Das muss ich irgendwann noch allen rum erzählen, weißt du? Wir können es mir sofort sehen. Nehmen wir, wir kennst du den, den ich kenne. Ach, es gibt doch Leute, die du nicht kennst, ja. Tschuuu. Kannst du dann erzählen, dass der Mark ist der, den die nicht kennen? Wir sind schon als im Streamer, Alter. Das ist ja interessant. Sexy, oder? Ja? Breit und Schmarrn. Ne, ist ja echt krass. Er verbaut dir damit nicht deine bestehende Karriere, sondern deine kommende Karriere. Du bewitzt bald, Alter. Also, ich fand das lustig. Total. Ja, auch, Alter. Krass, Mann. Guck mal, wie sie geiern auf mich, Alter. Ja, normal, du bist ja wirklich beliebt, Alter. Ja, Max, so läuft das nicht weiter. Wie läuft das denn denn heute? Läuft... Ne, was redet ihr von heute? Ich bin Juicy. Ich bin und nicht in den Tanzkurs gegangen. Ja, ich bin Juicy. Du bist so... Badass. Oh, ja. Too bad. Wow. Der Boss ist der Player auch mit einer Borsche-Karriere. Oh, wow, die werden grün so. Dark, hast du so blaue Haare, ne? Ja, total. Alle guten Tusten sind... Ja, gehen nicht mehr in den Tanzkurs. Also... Geh da nicht mehr in den Tanzkurs. Alter, ne? Darkhunter! Bei Blade! Wer did rip? Das ist der Quarant zu dem Andra. Ah, ich hab gar nichts getan! Die kann ich jetzt nicht annehmen. Alter, du schlägst dich. Ah, ich hab's nicht annehmen. Das ist doch kein Problem, Alter. Bitteschön, Mark, Mark, bitteschön. Danke dir auch, Jussi. Ruhig, Leute, ruhig, ruhig, drück euch. Ruhig. Ruhig. Danke. Du hast es nicht verdient. Oh, shit! Das Landgrauerkirchen. Wie du kriegst mit Wilberleuten? Alter, ich will das Intro überspringen, Bro. Stopp, stopp, stopp. Du sollst den Wilberrahmen, Alter. PANCHER, Alter! Der Draftbuck ist Platin 1, du killt mit Zerba. Lertig mal. Wow, unfair. Boxbox hast du gestern. Jo, ja. Jo, ja. Ich hab die 5 Plastik, Alter. Ich hab die 4, Alter. Das war mega geil, Alter. Als wir den Bronx sind, aus dem Fall. Was ist das? Was ist das? Wir machen Cash mit Video. Wir machen Cash mit Video. Ü dopo cleaning unten er ist der meine OK Ich muss ja das Chaos. Mike! Twitch 910, Alter! Winden der Föße des Sonnenlichts! Unsere treuen Ritter! Alter, das Submitar, der darf wieder so einen random supporten, Alter, der... ...azreal pick gegen Lucien. Der verstorben Zwerg! Wow, Alter. Gegen Lucien kann man ja einfach gar nichts picken, wie er's da nicht. Irgend... Einfach auf Köln gehen, Alter. Leg von der Lucien. Ja. Niiiice! Danke für den Slow. Jetzt wollte ich Annie picken mit Ezreal, Ezreal mit Annie jetzt hört. Ezreal ist scheiße. Ich mein... Nein! Ich mein... Ich kann das Lucien, aber nicht gegen Lucien N. Ja. Ich wollte eigentlich auch Annie picken als supporter, aber dann pickt er so einen Schatz. Ezreal, Ezreal. Nein, wollte er erst nehmen. Nein! Protected Tower! Der Dienste nun. Ist doch, äh, Ding, Lulu. Nein! Ich wollte keinen randomnessy gehen. Mich aber auch nicht! What the fuck! Ich wollte nur eine Person mit Lulu. Ja, jetzt rate mal. Ich schade, er hat 50 Gold. Ja. Weißt du, ein einziges, ein einziges Timo-Item haben wir. Ich kann nicht so raus, das ist der beste SBU und so. Ich lasse... Wir müssen nicht! Oh, das... das ehrlich schild. Hehehe Oh nooo, shit mal ich Mies Wie lang ein Sting flog, Alter? Gatzen Tag Wir sind auf der... Okay, wir sind auf der... Wir haben Fan-Jungle und das ist wirklich nicht cool Jaaa, gönnt euch! Das war eigentlich ziemlich stark Aber ich glaube nicht in der Elo Nice, kommt keiner dran Ja, man schützt wieder auf die Elo Was war das denn? Da ist noch gar keiner mehr drin, Leute Es ist okay... Halleluja Endlich, Alter Drecksweg Ahahahahaha Es ist wie zu dem Punkt Oh nein, das sieht man das erste Mal Dark Hunter Der Pyromanser da kommt da Ah, gönn dir erst, wir gehen noch weiter Das ist der Mark zu dem Kistnamen Der wackelnden Kreditkarte Wackeln? Okay, ich rapp wieder, okay? So was soll ich rappen? Irgendwas mit Double-Tamen Irgendwas mit Double-Tamen Ich bin so schiller, so bitter, so bitter, so böse noch immer der größte Poete, der lebt, wenn er jetzt noch mehr Well WELL Ich bin so schiller, so bitter, so bitter, so böse noch immer der größte Poete, der lebt, wenn er jetzt noch mehr Aber fütter ich euch mit euch und dich da rennt, bis er lebt, wie Berl, oder das ist Mr. Erfach, wenn der Tag noch mehr rollt Als der mein Elst will, hat dieses CV-Dingste geholt Nice Das ist nicht wirklich passiert Anstatt dieses AD-Item holt er sich dieses TV-Scheiße. Ich brauche meinen PS3-Controller, sonst kann ich nicht spielen. Ja, genau. Ich kann es auch so nicht, Alter. Wieso? What the fuck? What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? Ich hab doch gesagt, der Grager ist so schlechte Scheiße, Alter. Wo passt du dir? What the fuck? Wo ist er? Das ist der T zu dem Dark Hunter. Was? T Dark Hunter? Ja. Ja. Geht, da könnte er BGX. Wo ich den vollen hab. Nice, Gragas, Alter, du bist so gut! Profi, du? Ich bin definitiv besser, das habe ich gestern gezeigt. Echt? Wo? Im Aram. Als es Gragas hatte. Stimmt, stimmt, stimmt. Das wird Art du dem Aram. Die Art in dem Ramm. Scheiße. Das ist der Art zu dem Ramm aus. Puls. Ich bin nur 2-0, Alter. Das geht nicht. Puls. Fucker heißt das für mich. Alles klar. Seid Puls durch den Fucker. Alles klar, Alter. Alles klar, Alter. Super. Alles klar. Der hat natürlich wieder gecarried, dieser Trash, Alter. Der ist so gut. Und, da haben wir keine big Geht. Wenrig stemmen auf, Alter war mir wirklich. Du kannst dich reinf drillen, außerhalb derande. Alles klar. Ich kann nicht, dasser ganz viel alter ziel sind. Was ist also derțial. Ja genau. Es wird wirklich einulerer. Fisch. Oh, ich hab ein bisschen Chargen gemacht. Go Jena! Haha, der ist hier. Go Jena, go, go Jena. Nice. Go Jena, go, go, go Jena. Wie war ich ab und ab zu beenden, Mann? Ja. Okay. Okay, jetzt hab ich nämlich den Infinity Edge. Kann man gar nicht beenden. Ist in Ordnung. Ich mach nur 572 extra Schauern auf meiner Ehe. Aber ich hätte meinen Tau schon mal dauernd machen können. Den Tauern hat ein bisschen. Willender Deckard. Deckard Cain. Erstmal Megan wiederbelebt. Megan. Savage. Megan. Fox. Megan Fox, okay. Weiß jemand von der Super Bowl in Amerika ist? 542 extra Schauern, das ist ja lächerlich. Ja, heute. Heute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist denn der Timo, Mann? Nach dem Super Bowl kommt, äh, den Transformers, den Trailer. 4. Was? Ja, aber der Super Bowl geht lange. Sehr lange. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist was? Super Bowl? Kennst du nicht? Alter, ich bin kein Sportfan, aber ich kenne das aus jeder verdammten Serie. Weil immer ein Super Bowl vorkommt. Ist so. What the fuck ist dein Problem? Alter, du solltest echt ernsthaft. Geh raus. Geh raus leben. Das ist nur mein Erlegg. Geh mal leben, Alter. Das ist nur mein Erlegg, Alter. Geh raus. Ja, genau. Ich kriege nicht alles so mit. Ja, gut rausgesprochen. Fast zu Google, haben es leider alle gemerkt. Wow, Alter, wieso? Ja, bitte? Auf den Super Bowl? Alter, wie, ich kenne das ja? Hab auf irgendwas mit Football zugucat? Ne. Ne, hat's nicht. Rein, rein, rein. Nein. Was, wie kommst du denn da drauf? Bild dir nix ein! Bild dir deine Meinung! Aber Master, du Scheiß, gehen wir echt leben, Alter. Wann ich will den Murphy zu Tode kritten? Nein! Doch, Master, leben! Master, gehen wir echt leben! Ich sterb gerade! Nein, ich lebe! Geh lebe, Master! Geh lebe, ich sterb gerade! Master, geh lebe! Alter, was hat die denn für ein Problem, Mann? Nein! Oh, einfach null! Das wäre schade, ich guckte aber nicht. Mein Gott, sie haten mich, die Penner! Wenn es nicht gereinigt wird, wird er instant getötet! Ja. Kann klappen, mein Stolz. Da, Katze! Das ist so lecherlich, Mann. Wer ist der einzige Intelligente in diesem Team? Ich! Weil ich nur das einzige Teemo-Item gekauft habe. Nicht! Ja, komm! Da, klabern! Klopfer 2, 2, 46, gut ist doch... Gutes Go, oder? 2, 2, 46 ist ja wenig. Ja, 4, 15 Twitch bei denen ist okay. und klab zum Ramm! Ja! Dann! Ja! 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 Vielen Dank.